Biologisch, regional und nachhaltig. Seit 17 Jahren betreibt Andrea Lassacher den Naturladen Klein aber Fein in St. Michael. Die Philosophie hinter dem Geschäft ist eine ganz besondere. Das Besondere ist die persönliche Betreuung. Also wirklich, ich kenne meine Kunden wirklich sehr gut, sie kennen mich sehr gut und ich glaube, das macht den großen Unterschied auf wirklich das Persönliche und auf du, du. Das Sortiment im Laden Klein aber Fein ist tatsächlich aber gar nicht so klein. Von frischen Bio-Lebensmitteln über Fleisch und Wurstwaren bis hin zu natürlichen Kosmetikartikel und Reinigungsmittel. Unsere Region ist reich an tollen Lebensmittelproduzenten und das will Andrea auch zeigen. Ich bin seit fast von Anfang an auch bei dem Genussrecht dabei, beziehe meine Produkte aus der Region, das heißt auch wieder da Arbeitsplätze schaffen, darf das supertolle Gepäck von der Backstube auch verkaufen und das macht es aus. Die Wertschätzung bleibt in der Region und das ist glaube ich für uns alle auch wichtig. Durch die kürzeren Lieferwege wird der CO2-Ausstoß drastisch reduziert, was wiederum gut für unsere Umwelt ist. Aber auch bei der Erzeugung und Verpackung der Produkte, die hier verkauft werden, wird ein großes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit gelegt. Ich habe eine Philosophie, die ich meinen Kindern immer sage, ich möchte ihnen das Ganze so übergeben, wie ich es habe und nicht belastet und da gehört Nachhaltigkeit dazu. Wer diese Philosophie teilt und sich selbst von den Produkten überzeugen will, sollte auf jeden Fall im Naturkostladen klein aber fein vorbeischauen. Ich hätte gern, dass jeder Kunde mit einem Lächeln aus dem Geschäft geht und mit einem Lächeln wieder zurückkommt. Und ich glaube, das ist wichtig in der heutigen Zeit.